Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Fiesta Online. Hallo. So, lang ist's her. Wir nehmen mal wieder auf. Hat ja ein bisschen gedauert. Aber wir hatten gar keine Unterbrechung zwischendrin, ne? Nee. Nee, ne? Gut. Nur dass ich da nicht... Oh, meine Sachen gehen auch nur noch eine Minute. Das ist alles jetzt gerade... Wüsste mal. Hätte ich eigentlich, bevor ich auf die Aufnahme geklickt habe, mal gucken können. Aber Vorbereitung ist alles, ne? So. Aber ich müsste sowieso mal meinen Vorrat ein bisschen auffüllen. Ich habe T2-Rollen einstecken. Och jo, warum nicht? Ach, ah, ich habe Sammelpattern. Okay, egal. Lassen wir es mal drin. So, was haben wir geplant? Wir haben geplant, wir machen ein bisschen den schimmernden Stein. Hat sie verloren in der Erinnerung 1. Die komplette Quest machen wir jetzt heute mal. Zweiten? Ja, aber die rennen nicht gescheit hinterher. Die bleiben dann kurz stehen. Dann bleiben sie dann laufend so wieder. Dann bleiben sie wieder stehen. Das wird jetzt wahrscheinlich sowieso eine längere Sache. Ach, Schimmern, der Stein. Soll ich ihn dann aufnehmen, oder? Ja, nimm du ihn auf. Dann kannst du in Ruhe laufen. Das sieht aus wie ein Saphir. Ja. Schön Schimmern, der Stein. Ach. Ja, im Endeffekt, ja. Okay. Wunderbar. Oh, vielleicht kommt mir meiner jetzt auch so schnell. In der Hoffnung. Die Hoffnung stirbt ja zuletzt. Ja, ich hätte es nicht sagen dürfen wahrscheinlich, ne? Guck mal, die laufen dir überhaupt nicht hinterher. Die denken sich, ja, pass auf deine Energie auf, Mann. Ich habe es gerade gesehen, noch, ja. So. Und du los. Was denn? Weil die jetzt... Ich war eben gerade noch auf einem Punkt. Ah, verdammt. Die zwei Zentimeter hätten die noch vorlaufen können. Da schaut sie dann Energie. Ja. Ich kann dir nichts zu... Hast du keine Steine? Oder Dränke? Doch, aber das lädt so schnell nicht, wie die mich hauen. Okay. Ja, heftig. Ja, wie viel Energie hast denn du? Du hast ja... Du hast aber drei Sieben, ne? Also ich bin ja... Ich muss dir sagen, ich bin von dem Ariandos begeistert. Ich habe nur mit Rolle... ...habe ich über 4000 HP. Ich meine, gut, okay. Es sind nur 4015, aber es sind 4015, ne? Und das, obwohl ich nicht ein Ding auf Ausdauer geskillt habe. Ich glaube, ich kann die nicht... Hm? So gefährlich. Ja, ich glaube, das sind zu stark für dich. Also, die Menge zumindest. Ja, ja, komisch irgendwie. Hm. Ist ja nicht schlimm. Ich habe das X-Gefühl, ich bin gar nicht so stark irgendwie. Ich denke, das hat viel mit deiner Rüstung zu tun. Aber guck mal, ich kriege auch... Ich meine, auf was hast denn du geskillt? Geschicklichkeit und Stärke. Siehste, du bist hier theoretisch full skill, also voll auf die Stärke und Geschicklichkeit. Wie viel hast du denn Geschicklichkeit? 43. 43. Wieso machst du denn so einen Quatsch? So? Man macht die Beifähigkeit, also in dem Falle Geschicklichkeit, bloß auf 33. Uff. Ab dann sind es nämlich nur noch 0,0... 0,0er Werte, wo es sich erhöht. Ab 33. Was soll ich das wissen? Hatte ich... Ich weiß nicht, ich dachte, ich hätte es dir mal gesagt. Aber du hast doch bestimmt Rücksetzungsrollen noch im Lager, ne? Ja, ja. Und du hast ja so oder so schon eine Gutgeschicklichkeit, weil den Rest, den gleichst du mit deiner Waffe und Rüstung eigentlich aus, ne? Und wo soll ich dann die 10 Punkte drauf machen? Ich würde sie vielleicht etwa auf die Stärke machen, dass du full Stärke machst. Oder du gehst hier und machst noch ein bisschen was auf die Ausdauer, wenn du sagst, du hast zu wenig Verteidigung und du hast zu wenig Energie. Weil Ausdauer ist ja Verteidigung und Energie, also Lebenspunkte, ne? Ausdauer ist, ähm, Verteidigung und 826. Okay. Wir melden uns mal für Gordian. Oh, da ist schon jemand drin. Amart. Was hast du? 826. Ja, gut. Da hast du knapp 100 mehr als ich, ne? Das ist wirklich viel, ne? Nicht wirklich, nein. Aber mal davon abgesehen, hatten Jäger an und für sich nicht viel Verteidigung. Ja, klar. Weil du bist ja eigentlich nicht direkt am Gegner dran. Deswegen skillt man den, soweit ich weiß, auf Geschicklichkeit, Con und, ähm... Con? Ja. Und, und, äh, Stärke. Con hab ich gar nichts. Ja, das macht doch nicht jeder. Aber ich denke, das ist ganz gut, wenn man Con macht. Weil Con ist nämlich kritischer Treffer. Die Chance, dass du kritische Treffer machst, ne? Und, ähm... Gerade weil du viel rennst. Durch deine Fähigkeiten ist dann halt die Chance größer, dass du mehr Schaden machst. Durch die kritischen Treffer halt die ganze Zeit, ne? Weil wenn ich mir überlege, ein normaler Schuss bei mir eben, der zieht zwischen 500 und 800 ab. Und wenn ich einen kritischen Treffer zwischen reinhaue, dann sind das gleich mal 1800 eben gewesen, ne? Da 1800, 681, okay, 1800, 1900. Weil ich, ich hab jetzt nicht auf Con geskillt, aber, äh, wenn ich jetzt auf Con skillen würde, wäre halt diese, ähm... Würden halt öfters kritische Treffer kommen, ganz klar, ne? Hm. Und... Ich hab's nur schon oft in der Fiesta-Gruppe gelesen, wie skil ich das, wie skil ich den... Und daher... Dachte ich nicht mehr, ne? In der Stein nicht mehr kommen, oder? Hm? Kommt das Ding nicht mehr. Ja, ist halt so. Was willst du denn machen? Was halt, äh... Ja, ähm... Was halt ist, du musst halt dann die anderen Fähigkeiten, wie zum Beispiel, wenn du jetzt hat Con gar nicht skilzt, ne? Wenn du jetzt Con überhaupt nicht geskillt hast, dann würde ich dir empfehlen, Rüstungsteile und, ähm... Ja, Rüstungsteile würde ich gucken, dass du viel, ähm, findest mit Con und, äh, und Ausdauer. Ne? Das ist für dich dann wichtig. Ausdauer für Verteidigung und für die HP und Con für die kritischen Treffer, ne? Meine Hose hat plus 29 Ausdauer. Ist ja schon mal was. Ich weiß gar nicht, mein Zeug hat gar nicht so. Ich glaub, ich hab, äh, ja, hier Int, Guess und Con. Das ist die Hose, hat Guess 17, Con 25. Und die Schuhe hat auch noch mal Con 21 Insects. Aber an und für sich ist das halt nicht so tolle. Dafür sind meine Blue Ringe, weil ich hab ja Blue Ringe. Ähm... Es sind dann Aus plus 35, Con plus 35 und der andere Stärke plus 20, was absolut Schwachsinn ist. Oh, das ist ein Queen, seh ich grad. Stimmt. Die Halskette ist noch mal, äh, ne Blue. Und die Ohrringe sind so hell blues. Hast du die Karte von denen schon? Ja. Aber wirklich stark sind die Stats da auch nicht. Bringen mir aber halt auch einen HP Bonus. Hm. Wenn ich jetzt zum Beispiel hingehen würde, guck mal auf meine HP ganz kurz. Wir können uns ja mal ganz kurz hier hinstellen an die Seite. Wenn du mich, wenn ich mich an, wenn du mich anwählst. Ja, ja. Mach das gleich mal, äh, 400, äh, Dinge aus. Ey, 400 HP aus, ne? Das ist eben 37. Ja, durchs, dadurch, dass ich die Ringe gucke, wenn ich jetzt halt wieder die Sachen anziehe. Habe ich 4,15, ne? Hat's eben schon ausgabt, ne? Hm, da hatte ich wahrscheinlich die Ohrringe schon aus, oder den Kette hatte ich als erstes aus, ne? Ist jetzt nicht extrem bedeutend viel, ne? Du hast aber als Magier mehr HP wie ich, ne? Aber irgendwo brauche ich das auch, weil ich hab ja auch viel weniger Verteidigung als du. Ja, ju. Und das ist das, wo ich, äh... Ich hätte gern noch mehr, aber das ist schon ganz gut, so wie es ist. Ich geb, es gibt... Bestimmt, also zu 100% gibt's viel bessere Ausrüstung. Aber momentan ist das halt die Beste, die ich kostenlos erwerben konnte, weil die ganzen Blue-Sachen und sowas, die haben wir ja gefarmt. Die hab ich ja bekommen. Oder teilweise auch von Community geschenkt bekommen, kann man auch sagen, ne? Gibt da einen Verdoppler drin? HP? Ja. Nein, hab ich nicht. Der ist noch nicht drin. Dann hätte ich jetzt dazu um die... 6... 6.000 ungefähr. 7... Zwischen 6.000 und 7.000. Doppelt das nicht komplett? Das verdoppelt nur die Grund-HP und nicht die, ähm... Und nicht die... Oh, nein. Ich glaub, dann hätte ich sogar bloß... Dann hätte ich 6.000 HP, ja, ungefähr. Ähm, das verdoppelt bloß die Grund-HP, nicht den Buff und sowas. Das war ja hammermäßig. Stell dir das mal vor, du... Ich würde jetzt noch gebufft werden, von einem Großen, ne? Dann hätte ich um die... Dann hätte ich, sag mal, 5.000 HP. Mhm. Plus, äh, den Verdoppler drin, dann hätte ich 10.000 HP. 10.000. 10.000 bis 12.000, weißt du? Ja, das wäre doch perfekt, oder? Dann scheiß drauf auf die Gegner, dann reiß ich die runter, dann mach ich mir noch, äh, Amus rein und dann ist eh gut Nacht, ne? Mhm. Krieg ich diesen Scheiß steinig, so langsam, kotzt mich's dann doch an. Wie viel sind drin? Und Gordi geht gleich los, weißt du? Mhm. Ausnahmsweise, wo die Folge, äh... Na, wirst? Ja. Wo die Folge, die Folge geht noch, okay, 10 Minuten, ne? Doch, geht schon 10 Minuten, sehe ich gerade 11. War unerstand geplant, ne? Ja. Wäre dir gedacht, dass Gordi heute so schnell Luft voll wird, ne? Mhm. Wohl Sonntagabend, es sind schon einige drauf. Ich hab ja auf meinem, äh, ich wollte gerade sagen, auf meinem Server, ja, auf dem... Oh ja. Ich hab ja auf dem neuen Server, auf Isli, ja, auf dem neuen Server halt, jeder weiß welcher Server gemeint ist, hab ich, ähm, naja, zwei neue Chars gemacht inzwischen Zeit, einer der heißt auch wirklich Mariandos LP, also falls ihr den sehen solltet, das bin ich, ne? Ja, der Name ist patentiert und, äh, ja, gehört mir. Ähm, weil mich der letzte jemand angeschrieben hat, bist du der Echte. Ja, ich bin der Echte gewesen. Und, ähm... Und jetzt hab ich mir einen kleinen Clary gemacht, der auch schon Level 20 ist, fast. Hatte ich heute einfach mal Bock drauf, mal wieder einen Clary zu spielen. Aber der ist so randvoll, ne? So brutal voll ist der Server. Oh mein, schön, Mann, der Stein. Und jetzt werde ich in die Kingdom Quest gezogen. Perfekt. Das wär so assi jetzt, ne? Naja, gut, das geht ja immer 10 Sekunden vor. Ja, aber stell dir das mal vor, ne? Du hast, oh, ist uns aber schon passiert, mal davon abgesehen. In den knapp 300 Folgen ist uns das bestimmt zwischendrin mal passiert. Ja, aber ich glaub, nicht so bei so seltenen Gegenständen. Hm, nee, ich glaub, da war's grad noch der letzte von 50 oder sowas, ne? Hm. Oder die letzten drei, wo man gebraucht hat, oder sowas. Ja, das haben wir schon öfter gehabt. Entschuldigung. Von viele Quatsche tut mir der Hals. Wir kommen, wir machen noch gleich hier die, all den Teddybär oder sowas. Ich hab da drei Quests, ne? Hm. Einmal die WDH, einmal Teddybär und einmal... Also, Spielzeug ist ja auch eine WDH. Guck mal, die 2 kannst du dir nehmen, ich hab mir eben 2 genommen. Oh, ich hab schon dreimal Spielzeug sogar. Ist ja Wahnsinn. Weil ich find mich auch nicht wirklich stark. Obwohl ich so eine, eine gute T2, ist ja auch nicht wirklich stark, so eine T2 Zauber macht. Aber ich fühl mich vom Angriff her nicht stark. Wenn ich mir jetzt überlege, ich müsste noch ohne die, ähm... Äh, hier? Ach, ich dachte, du hast das für mich hingelegt, liegen lassen. Wenn ich jetzt halt einen normalen Stab nehmen würde. Weil der ist ja immer noch gesponsert. Äh, daher... Ähm... Na? Muss ich ja irgendwann wieder zurückgeben. Ich denke auch spätestens, wenn ich Level 90 bin und bei den verfluchten Rittern, in der... Den Tipp hab ich nämlich bekommen, und das ist ja so, ähm... Bei den verfluchten Rittern einen Stab bekommen, dass ich dann den Stab wieder hergebe. Weil ich will ja nicht die ganze Zeit mir das Zeug, äh, leihen, nur, ne? Und was auch, äh, sehr schön ist, muss ich sagen... Wenn ja die letzte, vorletzte Folge, ich weiß es jetzt gar nicht mehr, war ja das mit dem Goldkauf. Mit dem... Also, da haben wir kein Gold gekauft, sondern bloß darüber geredet. Da, ähm... Dass das so, äh... Da hab ich ja einen richtig ewig langen Text bekommen, den ich mir durchgelesen hab. Ich hab leider den... den Namen vergessen. Es tut mir echt leid. Hast du jetzt schon... Achso, ne, das ist ja, äh... Ein einziger Gegenstand, den wir da brauchen. Ich hab vier Spielzeuge. Das ist cool, ich hab zehn. Ich red jetzt aber mehr vom, ähm... Von dem Teddybär. Ja, ich hab da einen langen Text bekommen, ich hab da Kommentare drauf bekommen. Und das... das ist... fand ich cool. Ist gut, äh... Gut angenommen worden, sagen wir mal so, ne? Ja. Ich glaub halt irgendwie, äh... Hm. Ich glaub halt irgendwie, äh... Wer heute nicht alt. Warum? Ach du... du reißt die da mit zwei Schlägen runter. Ich drück hier... Das, äh, mach ich gar nicht. Das kommt dir vielleicht nur so vor. Wir kämpfen da, ähm... Zusammen an einem Gegner. Wie viel Schaden machst du denen denn? Keine Ahnung, irgendwie gar nix. Okay. Ja, du greifst ja auch nicht an, ne? Doch. Ne, du greifst bei mir nicht an, du stehst bei mir bloß in der Gegend rum eben. Hast mal unten rechts geguckt, ob du wieder falsch stehst? Ja. Was greif ich denn an? Ja, jetzt greifst du an. Du hast eben bloß einmal die, ähm... Ja, aber jetzt hängst du wieder mit an dem. Lass mich doch mal. Ach so, ja, warte. Ja, da war meine Fähigkeit schon gedrückt. Ich hab halt, ich spammed eh durch. Ich kann halt nix dafür, dass das so schnell geht. Ja, eben, weil das... Lass mich jetzt mal. Greif den jetzt mal an. Ja, du machst ja die normalen Fähigkeiten, ne? Also, nicht Fähigkeiten. Du greifst ja normale an. Ne, ich drück meine ganzen Dinger durch. Also, bei mir, ja gut, ich seh, dass du jetzt drei Fähigkeiten hast da eingesetzt. Hab ich jetzt gesehen. Ich setz ja die ganze Zeit, ich hab ja gar keine normalen Angriffe, ich setz ja die ganze Zeit nur, äh, nur eine Fähigkeit ein. Dadurch, dass ich meine Fähigkeit, die hat... Keine Ahnung. Die hat bloß eine Sekunde Ladezeit und dann ist die, äh, ist die wieder da und dann heißt, ich kann in der Sekunde... Kann, äh, ja, jede Sekunde angreifen, weißt? Vielleicht kommt's mir auch halt bloß so komisch vor, ich weiß auch nicht. Klar, sieht das sehr schnell aus, aber das ist einfach beim Mage so. Ja, keine Ahnung. Wir sind in den Gordi, 19, okay, dann dürfte die gleich losgehen. Ich würd' sagen, wir verabschieden uns schon mal, ne, da schreibt schon einer noch in Gordi. Wird gleich starten. Verabschieden wir uns schon mal für diese Folge, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020